... aufs Podest. Er kennt diesen Hang, natürlich. Er hat gesagt, Gaspedal kontrollieren. Er habe einen Plan, hoffentlich gehe dieser auf. Ein sehr explosiver Athlet. Man muss immer etwas schauen, dass er nicht zu nach der Tür hinfährt. Super Steilhang. Aber jetzt lässt er Schlag an. Auch da riskiert. Er will nicht wieder Vierter werden. Jetzt nicht übertrieben gegen das Ziel. Strasse, das ist ein fantastischer Lauf von Nino Strasse. Jetzt ist es aufgegangen. Das ist die Führung. Wie schnell der Finger kam, das hat er genau gespürt, dass das ein guter Lauf war. Der Plan hat funktioniert. Wow. Ja, weil er die Zieltafel noch nicht wirklich gesehen hat, ist der Zeigefinger schon gekommen. Also er hat genau gemerkt, dass das jetzt ein Steiger war vom ersten Lauf. Das von der Explosivität, die ich gesehen habe, springt manchmal fast in die Torreiche. Ist bei aggressiven Schnee vielleicht nicht ideal, aber genauso wie heute, wenn es eischig ist, macht das eben nichts aus. Es ist nur noch schneller. Riding muss seinen Platz räumen. See you later. Und auch Thomas Dresen war unter den Zuschauern hier. Er, der gestern sein letztes Rennen bestritten hatte, fiebert heute mit dem Teamkollegen mit. Strasse, drei sind nach oben. Strasse, drei sind nach oben. Das war's.